Es ist Donnerstag, der 17. November 2022. Hier ist Folge 150 und mein Name ist Benjamin Gollmer. Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei BASTA Berlin, dem alternativlosen Podcast. Hurra, wir werden 150. Moment. Ja, wer hätte das denn bitte schön damals schon gedacht, dass wir so alt werden? Verdammt. Und sind wir mal ganz im Ernst. Es gibt ja auch Leute, die gucken uns das erste Mal vielleicht heute. Und denen sollte unser Kanzler vielleicht noch einmal erklären, was BASTA Berlin eigentlich ist. Eine ganz wichtige Zusammenkunft, bei der es auch darum geht, dass wir die großen Herausforderungen besprechen, die aktuell in der Welt... Ach komm, ist ja auch egal, lieber Olaf. Also eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir für Folge 150 überhaupt nichts Besonderes vorbereiten. Und dabei ist es geblieben. So. Zumindest fast. 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 Ja, stimmt. Wir werden tatsächlich ein bisschen was machen. Wir werden zurückreisen in die Zeit mit euch gemeinsam. Das bedeutet, wir werden heute mal zur Ausnahme so einen richtigen Corona-Podcast machen. Back to the roots. Richtig. Wir waren Ewigkeiten der Corona-Podcast. Und heute wird es deswegen ganz, ganz viel um Covid-19 gehen. Wir haben neue Studien. Wir haben unglaubliche Kampagnen. Wir haben verstörende Bilder. Und ganz bestimmt auch das eine oder andere zum Schmunzeln. Ja, und natürlich darf auch Karlchen, Knötter, Birne, Lauterbach nicht fehlen. Ist ja klar. Schnell nochmal drauf rumhacken, bevor er möglicherweise ja irgendwann zurücktritt. Weiß man nicht. Möglicherweise. Aber im Mittelteil, da werden wir dann auch tatsächlich nochmal ein bisschen sentimental und schauen mal so auf 150, jetzt hätte ich fast gesagt Jahre, Basta Berlin zurück. Und das ist natürlich dann auch eine kleine Feier. Ja, wir waren jung und schuldig. Dazu später mehr. Bitte genießt diese Folge 150. Es ist die nächste für die kommenden Wochen, denn wir sind leider ausgebucht. Folge 151 bis 155 fallen aus. Nächste Woche beispielsweise während unserer Aufzeichnung Dänemark, Tunesien, Mexiko gegen Polen, Frankreich gegen Australien. Und während ihr normalerweise Basta Berlin gucken würdet, spielt Portugal gegen Ghana und Brasilien gegen Serbien. Und das lasst ihr euch sicherlich nicht entgehen. Es ist endlich wieder Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist denen da draußen Schnurz, wenn die beiden Flitzpiepen hier auch auf dem grünen Rasen, blauen Rasen stehen. Aber auf keinem, also jetzt nochmal ernst gemeint, wir kommen natürlich auch nächste Woche wieder. Wir können das nicht dulden, dass irgendwer Fußball-WM in einem Schurkenstaat schaut. Gas aus dem Schurkenstaat ist herzlich willkommen, aber Fußball spielen, das geht natürlich gar nicht. Nein, absolut. Da muss man auch Prioritäten setzen. Das ist unsere wertorientierte Außenpolitik. Und damit steigen wir jetzt ein ins erste Thema. Wir hatten ja vergangene Woche den ganzen Ablauf ein bisschen umgestellt. Ihr habt das gut gefunden, haben wir in den Kommentaren gesehen. Und darum fangen wir jetzt mal richtig knackig an. Los geht's. Ja, und diesen Themenblock, den starten wir auch mit einem Kommentar. Und zwar von unserer Zuschauerin Regina. Ganz liebe Grüße. Die hat unter Folge 149 gepostet. Und zwar, Zitat, zum Omnibusgesetz. Das ist ja nicht neu. So gab es im letzten Jahr eine Abstimmung zu einem Gesetz zu Hilfen für die Opfer der Katastrophe im Ahrtal. Ich erinnere mich. Angefügt war da nämlich so ein Artikel, mit dem das Infektionsschutzgesetz mal wieder verschärft wurde. Ach so, und wer dann gegen das Infektionsschutzgesetz stimmt, der hat kein Herz für die Flutopfer im Ahrtal. Fun Fact, soweit ich weiß, ist das, was eigentlich dann im Infektionsschutz geändert wurde, umgehend umgesetzt worden. Und diese Hilfen vom Ahrtal, die sind teilweise immer noch nicht da. Danke, Regina, für diesen Hinweis. Sie bezieht sich natürlich auf unsere vergangene Sendung und da haben wir ausgeführt, was los ist mit Paragraf 130 Strafgesetzbuch, dem sogenannten Volksverhetzungsparagrafen. Der wurde vor wenigen Wochen im Omnibusverfahren im Bundestag besprochen und dann auch beschlossen. Also kurz besprochen und dann schnell beschlossen. Richtig, ja. In Folge 149 klang das bei uns so. Wir machen mal ein Beispiel. Also wir machen mal so ein großes Gesetz, was wir alle gut finden. Bier und Cola für alle. So, ist doch schön, ja. Und dann koppeln wir das an so ein kleines Gesetz, vielleicht so eins, weiß nicht, dass Ungeimpfte einfach keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommen. Ja, so die beiden Gesetze, die werden verbunden. Und wenn du als Abgeordneter dagegen stimmst, dann wird dir jeder sagen, wieso bist du nicht für frei Bier und Cola? Genauso funktioniert es, Freunde. Ein weiterer offensichtlicher Nachteil dieser Omnibusverfahren ist, dass diese Abstimmungen der Öffentlichkeit größtenteils verborgen bleiben. So eine Nacht- und Nebelaktion eben, ja. Und da kann es natürlich immer mal wieder Journalisten geben, die lesen sich dann nachträglich nochmal so diese ganzen Protokolle von diesen Nachtsitzungen an. Aber da muss ja auch erstmal ein Artikel draus entstehen, damit es dann irgendwelche Menschen auch erfahren. Und das ist der Grund, warum wir jetzt nochmal auf Reitschuster hinweisen möchten. Boris Reitschuster hat nämlich in dieser Woche auf einer ganzen Seite dazu veröffentlicht. Der Omnibus heißt hier in diesem Fall etwas ganz anderes. Es geht um ein Gesetz, was am 30. September im Parlament beschlossen wurde. Aber irgendwie hat das erst jetzt Marcel Joppa mitbekommen. Oder eben Boris Reitschuster. Ich glaube sogar ein Zuschauer von Boris Reitschuster, der ihn darauf hingewiesen hat. Jetzt hol mal ganz tief Luft und dann verrate uns, wie dieses Omnibus-Ding heißt. Richtig. Also der Omnibus, der hat einen Titel und der heißt Gesetz zum Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Feststellung des Verstoßes gegen restriktive Maßnahmen der Union als einen die Kriterien nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllenden Kriminalitätsbereich und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Ach, da ist es. Schmissiger Name kann man sagen. Jedenfalls das Erste. Und ihr fragt euch jetzt ganz bestimmt, wer ist denn jetzt eigentlich dieser schmutzige Passagier, der da in diesem großen Omnibus mitgenommen wird? Also was wurde in dieser Nacht- und Nebelaktion gleich mitbeschlossen? Tatsächlich ist dieser Passagier gar nicht so schmutzig. Ich würde vielleicht eher sagen, dieser Passagier ist ein Ungeliebter von der Regierung. Ja, denn die wollte das eigentlich gar nicht so an die große Glocke hängen, was da beschlossen wurde. Tatsächlich wurde Paragraf 34 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzes einmal zugunsten der Corona-Skeptiker geändert. In diesem Teil des Infektionsschutzgesetzes wird nämlich festgeschrieben, welche Krankheiten als so hoch ansteckend gelten, dass Erkrankte oder auch nur einer Erkrankung Verdächtige keine beruflichen oder schulischen Tätigkeiten ausüben dürfen. Auf dieser Liste, da waren 23 Krankheiten, etwa Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten oder auch die Pest. Kein Scherz. Ach nee. Und Nummer 23, ein Schelm, der Verschwörerisches dabei denkt. Nummer 23 war was ganz Besonderes und wurde jetzt mit dieser Gesetzesänderung gestrichen. Die Nummer 23 war, Trommelwirbel, Covid-19. Ja, versteht uns nicht falsch, Covid-19 wurde nicht komplett aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen, aber eben es ist nicht mehr in der Liste der besonders hoch ansteckenden Krankheiten. Aber Marcel, was bedeutet das jetzt in der Praxis? Also kann ich beispielsweise in der Bahn ganz offiziell ohne Maske fahren und wenn ich erwischt wäre, sage ich, ey Corona is over, vergess mal. Erstens machst du das sowieso und zweitens machen das auch fast alle Berliner. Ja, aber nein. Ich wurde neulich gebastet. Ich wurde neulich gebastet. Ach. Ja, tatsächlich hatte ich keine Maske auf und dann kamen da so Sicherheitsleute von der S-Bahn und haben gesagt, ja, ja, wir wollen mal hier Maske raus. Und du hast sie dann aber gesagt, nee, und er ist weitergegangen. Ja, so war es tatsächlich. Ich habe ihr gesagt, ja, und er ist weitergegangen. Dann habe ich im Rucksack gekramt und er hatte an diesem Tag auch nichtmals eine dabei. Ja, okay. Nee, aber was tatsächlich dieses Gesetz, diese Änderung jetzt bedeutet, das ist, dass etwa Schüler und Lehrer nicht dauernd und immer wieder einen Corona-Test machen müssen, um überhaupt erstmal in die Schule gehen zu dürfen. Ja, vor allem nicht nach positiver Test, nach Freitesten. Und außerdem ermöglicht dieser Wegfall auch gesetzlich die Streichung der Isolationspflicht. Ja, und genau die ist ja mittlerweile in vier Bundesländern gekippt und allen voran doch tatsächlich Bayern. Ja, nachdem König Söder im vergangenen Jahr noch der Knecht Ruprecht gewesen ist und richtiger Corona-Hardliner, klingt das mittlerweile ganz anders. Der volksnahe Kuschel-Markus, der setzt sich auf einmal für das Volk ein. Und er stellt sich sogar ganz mutig gegen den potenziellen künftigen Prügelknaben der Nation, nämlich Karl Lauterbach, wie zum Beispiel gesehen vor einer Woche im Nachrichtensender Welt. Der Bundesgesundheitsminister verweigert sich ja der Realität. Ich weiß nicht, welche Studien er liest, aber selbst eine Reihe von anerkannten, namhaften Virologen bestätigen, wir sind in einer ganz anderen Phase. Ja, vielen Dank, Herr Söder. Die Pandemie der Ungeimpften verzeihen wir Ihnen aber trotzdem nicht. Das nur nochmal zur Klarstellung. Ja, beim Verzeihen geht es ja vor allem um die Verzeihenden, die Verzeihen... Ach ja, das hat Jens Spahn uns ja gesagt. Ja, mir geht es vor allem um die Verzeihenden, sagt der, die wir verzeihen sollen. Ja, demnächst schmeiße ich auch eine Vase im Kaufhaus runter und sage, Entschuldigung, mir geht es ja darum, dass Sie mir jetzt erstmal verzeihen. Ja, und am besten auch die Vase bezahlen. Ja. Ach so geht das, ja, verstehe. Ja, aber der Ministerpräsident, der erwähnt ja da auch gerade diverse Studien. Hm, wir hätten da noch eine für ihn, die erkennt er aber möglicherweise erst nächstes Jahr an. Kommt aus der Schweiz, eine Studie der Universität in Basel. Demzufolge traten nach einer Booster-Impfung mit dem Moderna-Impfstoff deutlich mehr Herzmuskelschädigungen auf als erwartet. Was hatte man denn erwartet? Also normal wären wohl 35 Fälle einer Herzmuskelschädigung bei einer Million Geimpften gewesen. Okay, und was hat man jetzt herausgefunden? Weil ich sage mal, wenn das jetzt viel mehr wäre, dann hätten ja sicherlich die Medien darüber berichtet. Na, tatsächlich waren das dann doch ein bisschen mehr die Gefahr einer Herzmuskelschädigung bei Geboosterten laut Studie das 800-fache. Das 800-fache? Ja, das 800-fache, in der Tat. Also insgesamt hätten 2,8 Prozent, der Forscher selber hat es auf 3 Prozent aufgerundet, das machen wir in der folgenden Rechnung auch, 3 Prozent aller geboosterten Probanden diese Schäden gehabt. Und das wären von einer Million nicht 35 Personen, sondern dann 30.000. Mit anderen Worten, lassen sich 33 Personen mit Moderna boostern. Hat das statistisch, hat dann einer davon halt das Pech von so einer Herzmuskelschädigung? Die Ergebnisse der Studie kamen aber nicht überall gut an. Ich möchte gerne in den Raum stellen, dass natürlich auch die Pharmabranche in der Schweiz ein sehr ehrenwerter und erfolgreicher Berufsstand ist. Und so ruderte die Uniklinik Bern dann zeitnah zurück, beziehungsweise ordnete die Ergebnisse dann noch einmal ein. Und zwar in einem Interview auf der Seite der Universität selber. Und die Überschrift lautete, vorübergehende, milde, Herzmuskelschäden nach Booster-Impfung. Das klingt so schön, das will ich auch haben. Vorübergehend und mild. Wie ein Winter in Berlin. Vorübergehend und mild soll das sein. Das Beste ist, dass das eigentlich gar kein Artikel war. Das ist eigentlich ein Interview gewesen. Und zwar mit dem zuständigen Kardiologen, Prof. Dr. Christian Müller. Und der hat die Resultate dieser Studie dann eben nochmal relativiert. Absolut. Und ansonsten wurde der Professor dann gefragt, wie das ansonsten so mit Corona sein könnte. Also ist es nicht auch so, dass Corona selber sehr viele Herzmuskelentzündungen verursacht? Die Zahl hatte der Professor dann leider nicht. Aber Müller in seiner Hilflosigkeit machte dann quasi im Interview nochmal Werbung für diese Impfung. Wahnsinn. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber apropos Werbung. In Deutschland, da läuft ja aktuell diese Ich-Schütze-Mich-Impf-Kampagne von Bundesungesundheitsminister Karl Lauterbach. Und da gibt es tatsächlich auch eine Menge Wirbel drum, den wir euch heute echt nicht vorenthalten wollen. Unsere Warnleuchte Lauterbach hatte bei der Vorstellung dieser Kampagne vor einem Monat in der Bundespressekonferenz ja lauthals das hier verkündet. Wir haben in dieser Kampagne Ich-Schütze-Mich 84 echte Personen, die ihr Schicksal erläutern oder ihre Gründe benennen, weshalb sie sich schützen wollen. Jeder tritt vor. Jeder Mensch ist echt. Keine Schauspieler, keine Modelle. So, so. 84 echte Personen. Also es waren keine Schauspieler, es waren keine Modelle. Einige dieser Spots haben wir hier bei Basta Berlin auch schon mal gezeigt. Und zum Beispiel den von Rentnerin Ursula, dem Notfall-Sanitäter Luranz oder dem Musiker James. Aber Benjamin, wäre das jetzt nicht hochnotpeinlich, wenn vielleicht einige von diesen 84 Personen gar nicht so richtige Menschen wären, wie das Lauterbach gesagt hat? Echsenmenschen? Oder du meinst Roboter? Ja, manche sagen so, manche so. Nein, was wäre denn, wenn von diesen Impfwerbern manche gar nicht aus dieser Mitte der Gesellschaft kommen, quasi eben nicht von der Straße, sondern engagierte Schauspieler wären? Ja, und genau das ist wohl in einigen Fällen möglicherweise bekannt geworden. Zum Beispiel bei dieser Dame hier. Ich schütze mich, weil ich lieber Noten verteile als Viren. Lehrerin Annika freut sich so sehr, weil man ihr gesagt hat, dass der Impfstoff ja auch vor einer Übertragung schützt. Also diese Freude sei ihr natürlich gegönnt. Total. Wir blenden jetzt mal die Seite der Agentur Casting Connect ein. Und da ist das Profil von Annika S. zu sehen. Hier übrigens mit Doppel-N geschrieben. Es ist aber die gleiche und hier steht Schauspielerin, Model, Sängerin, Kleindarstellerin und Musicaldarstellerin. Aussehen, Typ, lateinamerikanisch, so erfahren wir es in der Agentur. Aber Moment, ja, als bisher immer Lauterbach treuer Nachrichtendienst, da wirft sich T-Online quasi für den Minister in die Bresche, wie die Plattform berichtet. Da habe das Ministerium ausdrücklich erklärt, Zitat, die Lehrerin ist Lehrerin und keine Schauspielerin. Ja, was denn jetzt? Lügt die Agentur? Da steht ja Schauspielerin. Nein, denn T-Online schreibt weiter und Lars Wienand, der euch ja vielleicht ein Begriff ist, habe sie auch selber besucht und dabei herausgefunden, Annika ist Verbeamtete, Lehrerin. Und konnte das anscheinend auch glaubhaft darlegen, ja. Ja, okay, das war jetzt aber wahrscheinlich ein Zufall. Gut, Zufälle gibt es, ja, ist klar. Eigentlich ist sie also Lehrerin, eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft und das Ministerium, das wusste eben gar nicht, dass sie nebenher jetzt halt noch in so einer Kartei steht. Ja, von der Brennpunktschule nach Hollywood, wer träumt nicht davon. Ja, wenn du den ganzen Tag mit den Plagen unterwegs bist, dann denkst du auch mal so einmal Brad Pitt treffen und so. Ja, und jetzt ist halt Karl Lauterbach und Leverkusen geworden, aber jedem das seine. Ja, aber ich kann es empfehlen, also ich war selber auch Laiendarsteller, ich habe sie alle getroffen. Bis heute. Ich habe sie alle getroffen. Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Markus Joppa. Markus Joppa, ja. Ja, 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 aber das ist vielleicht so eine Anekdoten-Geschichte, ich habe die wirklich alle, also mit Scarlett Johansson stand ich vor der Kamera. Oh, wusste sie allerdings nichts von, dass ich auch dabei bin. Das war alles im Superheldenfilm, ne? Ja, genau, Captain America, glaube ich. Aber ich habe ja mal im Springer-Hochhaus gearbeitet, bei Golden Camera oder so einem Klim-Bim und da waren Denzel Washington, Michael J. Fox, Scarlett Johansson nochmal. Okay. Und das war total toll, also wer gerade mal ein bisschen Zeit hat, erwerbsloser Rentner ist, wie Uwe, der gleich kommt, oder Lehrerin, der kann das auch machen. Ja, richtig. Apropos, da war ja was, genau, worüber wollten wir sprechen? Über einen gewissen Uwe R. Ja. Laut der Seite Casting Connect ist Uwe R. Kleindarsteller und Komparse, Rentner, Typ mitteleuropäisch. Ja, Mensch, toller Typ, ja. Und auch das ist Uwe. Ich schütze mich, weil ich die Freiheit habe, es zu tun. Ja, der Uwe, der hat den Mauerfall miterlebt und jetzt nimmt er sich halt die Freiheit, sich impfen zu lassen. Na, soll er doch. Ja, sag mal, ist der Uwe denn auch so jemand, der quasi zufällig in den Spot auftaucht und eigentlich auch gar kein Schauspieler ist? Ja, nein. Nee, Uwe, der ist nicht nur Schauspieler, der ist noch viel mehr. Leider. Warum denn leider? Naja, also, weil der Uwe, der ist auch Pornodarsteller und Aktmodel. Ja, und wenn man seinem Twitter-Account folgt und ich habe das im Zuge meiner Recherche mutwillig einfach mal getan, dann weiß man auf dem Profil auch, dass er sich als Dirty Dandy bezeichnet. Im Zuge seiner Recherche ist dem zartbeseiteten Marcel Joppa doch einiges untergekommen, was ihn leider sehr mitgenommen hat. Ja, aber das wollen wir euch natürlich überhaupt nicht vorenthalten. Okay, wir haben sehr heikle Stellen, haben wir ganz groß mit Balken versehen, gucken ja vielleicht auch Kinder zu. Aber selbst denen würde ich lieber die Augen zuhalten bei dem, was wir da haben. Achtung, Bild 1, da erkennt man, dass Uwe voll tätowiert ist. Und wenn wir voll meinen, dann schließt das auch manch Körperstellen mit ein, wo das Tätowieren sicherlich sehr unangenehm ist. Ja, dankenswerterweise hat der Joppa da große braune Balken eingefügt. Auf diesem Schnappschuss lässt Uwe, der sich selbst auch Stier-Odi nennt, die Hosen im Wald herunter. So schön, ein Tag im herbstlichen Berlin. Ja, ja. Und auf diesem Bild, naja, also entweder ist das jetzt eine Nackt-Yoga-Übung von hinten oder dieses Werk trägt den einprägsamen Titel Der Mond ist aufgegangen. Ja, schöne Socken, würde ich sagen. Wir würden euch das natürlich nicht zeigen, wenn es nicht einfach so frei zugänglich wäre. Ganz im Gegensatz übrigens zu dem Profil bei dieser Casting-Argentur Connect, das ist wie von Zauberhand plötzlich verschwunden. Ja, wir wissen nicht, warum Uwe da jetzt nicht mehr auffindbar ist. Eine Presseanfrage meinerseits ist da auch rausgegangen. Bis zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung haben wir da keine Antwort bekommen. Also entweder die wussten da selbst nichts von den Dirty-Dandy-Tätigkeiten von Uwe, kann ja sein. Oder Schuld war ein Interview, was Uwe mit der Epoch Times geführt hat. Wurde ihnen deutlich gemacht, als man mit ihnen arbeiten wollte, dass sie als Privatperson vor der Kamera stehen. Oder als gemieteter Darsteller. Wurde das klar kommuniziert? Nein, das kam überhaupt nicht zu Wort. Für mich war das ein Job. Danke Uwe. Er wurde übrigens nach eigener Aussage gar nicht gefragt, ob er überhaupt geimpft sei. Er wurde einfach über die Agentur beauftragt. Ja, dabei wäre, ich würde sogar sagen, dass einer von Karl Lauterbachs Lieblingsimpflingen, weil der Uwe, der hat eine ganz tolle Impfvita. Der ist bereits fünfmal geimpft. Ja, und der bereut auch nichts, sagte aber gut, wir wissen ja jetzt aus dem Titler-Profil, dass Uwe hart im Nehmen ist. Im Skript steht noch schmerzfrei, aber Herr Hopper dachte sich, hart im Nehmen ist noch perverser. Schön gemacht. Reich ist Uwe übrigens angeblich mit diesem Job überhaupt nicht geworden. Anders übrigens bei seinen Aktionen für Google und Zalando. Uwe ist nämlich ein richtiger Wendegewinner, einer der wenigen im Osten. Denn er breitet seine echte oder erzählte Wende-Story überall aus. Das kann bei Google sein, das kann bei Zalando sein oder eben auch beim Bundesgesundheitsministerium. Wunderbar. Also die komplette Kampagne des Ministeriums soll den Steuerzahler 33 Millionen Euro gekostet haben. Und der arme Uwe, für den bleiben gerade mal schmale 100. Millionen? Ne, 100 Euro angeblich. Das ist sehr, sehr bitter. Ja, und während Uwe für diese 100 Euro sich vielleicht ein neues Genital-Tattoo zulegt, wer weiß das schon, da schwurbelt sich Herr Lauterbach weiter, steuerfinanziert durch Kampagnen und Pressetermine. Aber die FAZ, die titelte bereits am Samstag Gesundheitsminister Lauterbach, der gefallene Professor. Denn nach fast einem Jahr im Amt scheint sich das Gesundheitssystem in Deutschland nicht zum Besseren gewendet zu haben, sondern möglicherweise genau weiter verschlechtert. Und während in so gut wie allen Ländern Europas die Corona-Maßnahmen abgeschafft werden, ist Deutschland weiterhin Corona-Epizentrum. Ja, sollen Sie bitte schön aufhören, weiter Panik zu schüren? Sollen Sie aufhören, jeden Test direkt als Erkrankung zu bezeichnen und weiter einen Keil in die Mitte der Gesellschaft zu treiben? Gruß an dieser Stelle an Herrn Lauterbach, Gruß an die Grünen und Gruß an sehr, sehr viele Leitmedien. Aber ein positives Beispiel haben wir dann doch noch. Und zwar vor ziemlich genau einem Jahr war es, da sorgte ein Werbespot der Supermarktkette Penny für große Aufmerksamkeit. Während im Fernsehen jeder von Isolation, von Maske und von Abstand sprach, da lenkte Penny die Aufmerksamkeit auf die verheerenden Folgen der Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. In diesem Spot von vor einem Jahr, da wünscht sich eine Mutter, dass ihr Teenager-Sohn lebt, liebt, die Freiheit hat, auch die Welt zu entdecken und eben nicht in der Wohnung eingesperrt ist. Sie wünscht sich eben zu Weihnachten, dass ihr Sohn sein Leben zurückbekommt. Und ich kriege dabei immer noch Gänsehaut, muss ich sagen. Am Montag wurde dieser Spot veröffentlicht und das ist ein Spot, der bei vielen wieder Gänsehaut hervorruft. Ein neuer Spot. Ein neuer Spot wurde veröffentlicht. Ein neuer Spot wurde veröffentlicht und hier kommt ein kleiner Ausschnitt für euch. Es gibt immer noch eine Pandemie, das wisst ihr doch, oder? Eine Pandemie war letztes Jahr. Die Pandemie war letztes Jahr. Und für alle, die uns jetzt nur hören und nicht sehen können, in diesem Spot von Penny geht es um den Riss, der durch unsere Gesellschaft geht. Ja, zwischen Corona-Jüngern und Corona-Skeptikern, zwischen Kriegsbefürwortern und Russland-Verstehern, zwischen Deutsch und Nicht-Deutsch, Klimarebellen und Klimasündern, alt und jung. Ich muss sagen, ich bin bei solchen Videos immerhin auf unterschiedliche Art und Weise angegriffen. Also ich weiß nicht, warum Penny jetzt den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass wir über sowas diskutieren. Penny lohnt sich oder Aldi oder Edeka, die machen das eben so. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie ich finde, das hätten eigentlich andere als Aufgabe. Nichtsdestotrotz hat uns das Video erneut wirklich beeindruckt. Das ist sehr gut gemacht, sehr emotional. Und am Ende des Spots gibt es dann den Aufruf, einfach mal wieder miteinander zu reden. Und wir von Penny Berlin verlinken dieses Video natürlich kostenfrei. Leider auch wieder unter unserem Video. Ja, kann man einfach mal reinschauen. Aber klar, ich meine, viele wollen ja auch nicht miteinander reden. Die wurden auch in der Vergangenheit vielleicht auch einfach enttäuscht. Sie wurden angegriffen. Sie wurden auch ausgegrenzt, sicherlich auch. Und manchmal ist es ja auch einfach anstrengend, mit militanten Menschen, mit Leuten zu sprechen, die militante Meinungen haben. Und das verstehen wir auch mehr als gut. Ja, man muss ja auch nicht wirklich mit jedem ins Gespräch kommen und muss auch nicht mit jedem gut Freund sein. Das sicherlich nicht. Aber jetzt gar nicht mit anderen zu sprechen, das isoliert ja auch uns selbst. Und im Grunde genommen hat uns die Politik ja schon genug isoliert. Wir haben auch nicht das Patentrezept. Aber eines wissen wir, wenn man vielleicht ein bisschen weniger auf die Lauterbachs und Strack-Zimmermanns dieser Welt hört. Vielleicht auch ein bisschen weniger auf die Tagesschaus oder Spiegel-TVs dieser Welt. Wenn man all das mal ignoriert und einfach lebt. Ja, ich würde sagen, das ist für die Psyche wirklich Gold wert. Genau. Penny lohnt sich. Und alle aufmerksamen Zuschauer wissen jetzt, dass ich den Claim von Penny gerade zerstört habe und deswegen eine Art von Anti-Werbung betrieben habe. Ja, also ich sage, wie gesagt, ich gucke mir solche Videos oftmals auch gar nicht bis zum Ende an, weil ich das irgendwie merkwürdig finde, dass sie mit meinen Emotionen spielen und am Ende da ihr Penny-Logo einblenden. Aber es ist Geschmackssache. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Agentur angeschaut. Ich habe den Namen jetzt leider nicht parat. Och, sonst würden wir ja auch noch Werbung für die machen. Das wollen wir ja nicht. Aber die haben bisher auch nichts in der Vergangenheit gemacht, wo ich sage, oh, das ist aber jetzt eine Impfwerbung gewesen. Oder das, nee, im Gegenteil. Ich habe einen kleinen politischen Aspekt, habe ich bei dieser Agentur gefunden. Neben vielen Videos, unter anderem eben für Penny und Robin Wood, haben sie mal gemacht, haben sie auch für den CDU-Parteitag einmal die Videos organisiert. Ja, also rührende Videos mit monetären Interessen, das ist das Penny-Prinzip, aber das ist nicht nur das Penny-Prinzip, das gibt es auch woanders. Rührende Videos mit monetärem Interesse, das hat auch Edeka bereits gemacht. Und rührende Videos mit monetären Interessen, das ist Basta Berlin, liebe Freunde. Ja, und zwar schon in Folge 150. Liebe Basta Berlin-Gemeine, Basta Berlin wird jetzt 150. Bald sind wir älter als die SPD. Und den Prof. Dr. Christian Drosten, den haben wir auch schon überrundet mit seinem Corona-Podcast, den haben wir auf jeden Fall überlebt. Ja, gut, aber wir sind ja auch, also Drosten wird, stand jetzt, mehr gehasst als wir, aber wir sind ja noch jung. Ja, richtig. Und vor allem deswegen, weil die, die uns hassen könnten, uns noch gar nicht kennen. Also, teilt das Video. Aber wunderbar, wir sind 150 geworden und zu diesem Jubiläum haben wir euch was ganz Besonderes mitgebracht. Also, legal, illegal, scheißegal, das ist das Motto von diesem Herrn hier neben mir. He is born this way oder in Berlin sagt man, he is born this way. Und darum ist er vermutlich der einzige deutsche Staatsbürger überhaupt, der das Videoarchiv von Sputnik besitzt. Moment, der einzige deutsche Staatsbürger, der nicht bei einem Geheimdienst arbeitet. Aber ansonsten kann ich das gerne so bestätigen. Wir haben heute etwas Wunderbares für euch vorbereitet. Ich bin tatsächlich ins Archiv gelaufen und habe die alten Folgen ausgesucht. Und wir werden, liebe Anwälte, aufgepasst. Wir werden jetzt gleich möglicherweise mehrere Verstöße begehen. Beispielsweise werden wir das verbotene Logo von Sputnik zeigen. Also, Mitteldeutscher Rundfunk aufgepasst. Außerdem zeigen wir euch Videos, deren Urheberrechte oder Rechte möglicherweise liegen in Moskau, Novosibirsk oder Rostov am Don. Ja, aber gemeinsam machen wir jetzt noch eine kleine Zeitreise in den Sommer 2020. Benjamin und Marcel, die haben 43 Folgen Basta Berlin quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Also im Radio, so. Und dann am Mittwoch, dem 17. Juni 2020. Da konnte man uns zum ersten Mal sehen. Es ist Folge 44. Heute ist Mittwoch, der 17. Juni. Mein Name ist Benjamin Grollme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast am Mittwoch. Wir sind zurück aus einer kleinen Urlaubspause. Und nicht erschrecken, wir sind plötzlich nicht nur in Ton, sondern auch in Bild zu sehen. Ja, sowas gibt's. Wahnsinn. Da bist du viel schicker als ich. Was ist denn da eigentlich passiert? Weiß ja auch nicht. Ich erkläre das dann auch in der nächsten Folge, dass es extreme interne Kritik gegeben hat bei uns in der Redaktion, dass es überhaupt nicht zu Herrn Grollme passt, wenn er da wirklich mit Sakko und Hose und Anzug und Krawatte und sonst was sitzt. Und in der zweiten Folge habe ich dann mich dieses Sakkos entledigt. Und ich sag schon ein bisschen Adretta und dann irgendwann ist die Krawatte dazu. Du warst am Anfang legerer als ich und das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Aber unser Durchbruch als Videopodcast, der kam eigentlich dann erst mit Folge 46 und kaum war die erschienen, hatten wir zehntausende Zuschauer. Und das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Da hatten wir nämlich tatsächlich eine Sommerparty bei uns im Sender und haben da wirklich mit Krimsekt angestoßen. Damals war das natürlich noch erhältlich und erlaubt und die Wagenladung Kaviar kam, Wodkaflossen strömen. Ich habe Pizza gehabt. Joppa hatte Pizza und auf einmal Video 10.000 Mal geklickt, 15.000, 20.000 Mal, was ist hier los? Und der Grund war einfach, dass wir zehntausende Zuschauer wegen eines gewissen Themas hatten. Und einer dieser Zuschauer war seinerzeit auch der kleine Pharma-Gigant Olfert Land. Tipp Molbiol. Mit seiner Firma Tipp Molbiol hat er mich den Drosten-Test produziert und verkauft und zu weiteren Millioneneinnahmen gemacht. Und er hatte das dann auch gesehen und dann hat er mich tatsächlich vorgeladen oder auch eingeladen. Benjamin hat den Firmensitz hier in Berlin auch besucht und dann in der Folge später uns davon erzählt. Was den Machern von TIB ja außerdem nicht so ganz gefallen hat, war, dass sie bei uns unter dem Titel Drosten und die Profiteure der Pandemie liefen. Warum nicht? Also ich muss sagen, es war nicht in jeder Hinsicht ein angenehmes Gespräch. Darauf war ich auch vorbereitet. So jung, so unschuldig, sagen die einen. So jung und schon so schuldig, das haben ja die anderen gesagt. Ich meine schließlich haben wir ja damals maßgeblich russische Propaganda betrieben. Damals als festangestellte Journalisten. Wir waren also Teil der fünften Kolonne. Übrigens haben wir daraus auch nie ein Geheimnis gemacht. Und auch heute machen wir daraus natürlich kein Geheimnis. Nö, Vergangenheit ist Vergangenheit. Ja, aber alles hat ja ein Ende und die Wurst hat bekanntermaßen zwei. Nur in dem Fall ist die Metzgerin Ursula von der Leyen gewesen. Ja, und die hat Basta Berlin da ein Ende bereitet. Bereiten wollen. Ursula von der Leyen hat nämlich SNA verboten und damit ja eigentlich auch den alternativlosen Podcast. Aber Freunde, wir haben weitergemacht. Auf eigenen Beinen. Denn Basta Berlin, das war nie SNA. Basta Berlin, das sind wir zwei Nasen hier. Benjamin und Marcel. Aber Basta Berlin, das seid vor allem ihr da draußen. Unsere Zuschauer. Und die wollten nicht, dass wir aufhören. Ihr wolltet nicht, dass wir aufhören. Und also, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Genau. Unter anderem auch an das große Comeback am 24. März 2022. Über 70-Jähriger aufgepasst. Also meine Empfehlung, wie immer, lasst euch impfen und zwar sofort. Wenn ihr jetzt Ende März noch in den Spritzenmarathon einsteigt, dann habt ihr erstmal die erste, dann kommt einige Wochen später die zweite, dann drei Monate Pause bis zur dritten und dann drei Monate Pause bis zur vierten. Das bedeutet, pünktlich zur nächsten Winterwelle, Ende Oktober, könntet ihr dann immunisiert sein. Was auch mal das heutzutage bedeutet, immunisiert. Und was ist seitdem alles passiert? Das vierte Aufnahmestudio jetzt mittlerweile schon. Wir haben Kameras gekauft und dann auch wieder verkauft. Wir haben Logos und Optik geändert. Wahnsinn. Ja, YouTube hat uns tatsächlich gesperrt. Und dann haben wir vor YouTube vor Gericht gezogen und dann haben wir gewonnen. und YouTube will trotzdem das Geld für die eigenen Anwaltskosten. Ich bin ja so froh, das wird jetzt noch zu entscheiden sein vom Landgericht. Ich bin ja sehr beruhigt, dass YouTube möglicherweise unsere Sprache filtern kann auf so verbordene Worte wie Impfstoff oder sowas. Aber ich glaube, Gesten können sie noch nicht filtern. Was ist das für eine Geste? Peace. Achso, Peace. Das war so schnell, das war das Peace-Zeichen gewesen. Ja, also es hat sich wirklich sehr, sehr vieles verändert. Das kann man wohl sagen. Und wir können euch sagen, dass wir auch gerne weiter für euch und mit euch für die gute Sache kämpfen möchten. Und wir wollen diesen Donnerstag, früher war das tatsächlich der Mittwoch, wie ich jetzt erst in diesen Aufzeichen gesehen habe. Ja, ja, früher haben wir mittwochs aufgezeichnet. Dann sind wir irgendwann, aber offensichtlich war die Sendung auch am Mittwoch. Was? Ja, in diesem Video. War es am Mittwoch? Was ist denn das für eine doofe Idee? In diesem Video wird gesagt, Mittwoch der sowieso-te. Und das müssen wir dann relativ schnell verändert haben. Und seitdem ist es dann der Donnerstagabend. Hm, vielleicht haben wir uns auch einfach versprochen. Möglich, Fehler, Fehler, Fehler sind mir unbekannt. Auf jeden Fall Donnerstagabend mit euch zusammen, Basta Berlin, das ist einfach Programm. Das ist safe, ja, ganz genau. Übrigens, was Basta Berlin für euch da draußen bedeutet, das würde uns mal sehr interessieren. Schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail unter dem Betreff Basta für mich. Wie gesagt, bastaberlin.at-online.de. Wir würden uns sehr freuen. Und natürlich könnt ihr auch fleißig kommentieren hier unter dem Video. Und dann verlesen wir das ein oder andere, denn wir haben wieder was Schönes mit euch vor. Ja, es geht wieder los. Im November, wir machen ein Gemeinsam einsam. Also, nächster Dienstag zur besten Sendezeit. Ja, da wird nicht Fußball geguckt, da wird auch nicht montags demonstriert. Da wird einfach mal vorbeigeschaut im Livestream. 20.15 Uhr machen wir da los. Und dann sprechen wir so ein bisschen darüber, wie die Welt sich verändert hat. Wie wir uns auch verändert haben. Wie sich auch Basta Berlin verändert hat. Denn da habe ich doch einige Gedanken und würde auch gerne erklären, warum sich das jetzt eigentlich so verändert hat, wie das jetzt geworden ist. Und da würde ich euch herzlich einladen, dass ihr das mit uns am kommenden Dienstag macht. Und auch da könnt ihr uns natürlich jetzt schon ein paar Fragen stellen, die wir dann gerne beantworten. Aber das Tolle ist ja an diesem Live-Format, dass ihr auch live kommentieren könnt und dann uns auch live eure Fragen schicken könnt. Oder einfach mal sagen könnt, was seid ihr denn für zwei Nasen? Kritik auch immer sehr gerne willkommen, weil wir auch uns zu Kritik immer sehr gerne äußern. Also, nächste Woche 20.15 Uhr gemeinsam einsam. Nächste Woche Dienstag live dann. Richtig, so ist es. Und natürlich auch nochmal ganz besonderen Dank an die Leute, die das hier möglich gemacht haben. An all die Menschen, die beispielsweise die BEZ, die Basta Einzugszentrale, fleißig bedienen. 18,36 Euro, richtig. Können aber auch gerne höhere Beiträge sein, möglicherweise auch niedriger Beiträge. Aber wenn ihr uns unterstützt, macht ihr das hier erst alles möglich. Alles hilft, damit wir unsere Arbeit weiterhin machen können. Und natürlich direkt neben der Penny-Werbung gibt es auch unseren PayPal-Account, unsere Überweisungsdaten und auch Patreon. Patreon, also die Patronen der Freiheit. Das findet ihr alles in der Videobeschreibung hier zum Ausklappen. Vielen Dank dafür. So ist es. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Rührende Videos, die haben wir ja in dieser Woche... Eins wollte ich noch sagen, wir haben ja diesen Hinweis letztes Mal zum ersten Mal in der Mitte der Sendung gemacht und hatten Sorge, dass dann nicht so viel Unterstützung kommt. Das hat sich nach meinem Dafürhalten nicht bestätigt und deswegen können wir das auch ein bisschen dezenter machen. Müssen wir es nicht gleich am Anfang machen, sondern können es jetzt hier machen. Drücken wir die Daumen, dass das dann auch so bleibt. Quasi ein Cliffhanger in der Mitte. Ja, ist doch nicht schlecht. Die Werbepause, ach komm, da ist man sowas von gewöhnt. Aber rührende Videos, da geht es auch jetzt drum. Da haben wir jede Menge in dieser Woche gefunden. Zum Beispiel auch beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Wer derzeit Markus Söder zuhört, der könnte ja fast meinen, die Pandemie ist vorbei. Da spricht er also davon, dass die Isolationspflicht abgeschafft wird. Und er kratzt sogar an diesem Glauben, dass wir die Masken in Zügen brauchen. Auch das möchte er abschaffen. Aber während Wendehals Söder so eine Wende nach der anderen vollwendet, da ist das Staatsministerium, sein Staatsministerium, auf Spritztour. Und die Zielgruppe, die geht uns ganz besonders gegen den Stich, Strich. Es geht um die Kinder. Mo, ich will heute nicht spielen. Ist einfach nur murmelig. Was ist denn los, Murme? Ich hab Angst. Wovor hast du Angst? Ich soll morgen geimpft werden. Da bekomme ich eine Spritze und die tut weh. Murmel hat Angst vor dem Pieks und fühlt sich so ein bisschen murmelig. Tja, Murmel, wenn du nicht gepikst wirst, dann darfst du vielleicht nie wieder raus zum Spielen. Man denke bloß mal an den Fußballverein, wo es ja dann möglicherweise auch 2G gab. Oder das Jugendorchester, von dem ich weiß, dass es in manchem Jugendorchester tatsächlich 2G gab. Und da darf Murmel dann natürlich nicht mitspielen. Nicht ohne Pieks. Und damit die bayerischen Kinder verstehen, wie schlimm die Lage auch wirklich ist, da macht Murmel eine Reise durch ihr Immunsystem. Und dabei trifft sie die ziemlich hässliche Spritze. Und die nennt sich Wax. Mein Name ist Wax. 0-0-Wax. Ja, das sagt die Spritze doch tatsächlich im O-Ton. Und diese Spritze schüttet Murmel dann ihr Herz aus. Es gibt Viren, die waren noch nie hier. Deshalb gibt es noch keine Antikörper gegen sie. Und sie sollen so schnell krank machen, dass auch keine rechtzeitig hergestellt werden können. Und vor allem sollen sie schwer krank machen. Wir brauchen Hilfe. Aber 0-0-Wax kann ganz toll erklären, warum auch Kinder gegen Covid-19 geimpft werden müssen. Und so endet dieses Kindervideo mit einem ganz tollen Happy End. Keine Sorge. Manche Viren verändern sich. Doch wir können den Impfstoff schnell anpassen. Und damit den Impfschutz immer aktuell halten. Du bist so ein Angeber. Na gut. Ich will auch cool sein und tapfer die Spritze ertragen. Der Piks ist ja nur ganz kurz. Und wozu das gut sein soll und wie es funktioniert, das weiß ich ja jetzt. Und Murmel wird gewaxt. Herzlichen Glückwunsch an das Bayerische Schwurbelministerium für Gesundheit und Pflege. Ihr habt es wirklich geschafft. Ihr habt Murmel davon überzeugt, dass Murmel sich pieksen lassen soll. Und ich hoffe, dass Murmel das einzige Kind in Bayern ist, das sich davon überzeugen lässt. Denn unser Problem ist, ihr habt euch damit wirklich selber übertroffen. Mit diesem Film, den man ja möglicherweise in Schulen zeigen könnte. Passt ja vielleicht Zielgruppe 1. bis 3. Klasse, würde ich vorschlagen. Damit habt ihr euch wirklich selber übertroffen. Denn ihr verwendet hier im November 2022 Informationen von November 2021. Die Impfung kann angepasst werden. So, so, ja. Wisst ihr, was im November 2021 war? Da kam Omikron gerade auf den Markt. Diese neue Variante. Ja, kann angepasst werden. Obwohl aus Südafrika bereits entwarnende Stimmen kamen, dass Omikron ja durchaus ansteckender sein könnte, aber auch milde Verläufe zeitigt, gab es bei uns dann ganz andere Stimmen. Ebenfalls im November 2021 haben sich dann auch zwei Personen über dieses Thema unterhalten. Und da begegnen wir jetzt zwei Männern, die sein ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken. Der eine ist in Rente. Der andere ist Professor Dr. Dr. Christoph Maria Drosten. Im ZDF-Interview, da warnte der Virologe vor Omikron. Und besonders betroffen seien, na, junge Leute. Was man schon sagen kann, ist, dass diese Infektion hier sehr häufig bei jungen Leuten auftritt in Südafrika. Bei Leuten, die in allererster Linie diese Erkrankung auch schon hinter sich haben. Das jetzt als Zweit- oder sogar Drittinfektion bekommen und dann eben auch wieder mit Symptomen. Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, was man, glaube ich, wirklich mit Sicherheit sagen kann, ist, es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist. Drosten weiß kaum etwas über diese Variante. Aber was Drosten sicher weiß, ist, dass die Booster-Impfung dagegen helfen wird. Hat er denn eigentlich Daten gehabt? Also hat er analysieren können, ob mehr geboosterte oder mehr ungeboosterte Erkrankungen oder mehr gar nicht Geimpfte oder mehr Genesene? Hatte er diese Daten zu diesem Zeitpunkt? Die hatte er natürlich noch nicht. Aber dennoch wusste er ganz sicher, dass der Booster genau die richtige Maßnahme dagegen ist. Herr Drosten, der sich ja sowieso niemals geirrt hat. Ein Professor, der ist, wie geht dieser wunderbare Spruch, den ich tausendmal zitiert habe in 150 Sendungen. Ich weiß nur, wie er endet. Professor Drosten ist ein ganz besonderes Genie. Ja. Stets liegt er falsch, doch irren tut er nie. So, Beispiel, Afrika ohne Impfung. Meine Güte, dieses Land wird ja in einer Katastrophe untergehen. Da werden die Menschen leidend am Straßenrand liegen. Lebt da überhaupt noch jemand? Das hat er damals wirklich versprochen. Das hat er angekündigt. Und das ist nicht passiert. Dieser Professor Dr. Christian Drosten. Ist das passiert, wie vorher gesagt, wohl kaum. Aber wie war das nochmal mit dieser Spritze in dem Kinderfilm, die 00-Vax? Was hat der noch behauptet? Die Impfstoffe können schnell angepasst werden. Auch das hat ja Christian Drosten im November 2021 behauptet. Das soll ja gerade der große Vorteil dieser modernen Impftechnik sein, dass man solche Mutationen wieder einfangen kann. Ja, das ist richtig. Das wird man technisch relativ einfach machen können. Und auch regulativ ist dieser Weg vorgeformt. Aber wir sprechen hier doch von Monaten bis, also von mehreren Monaten, bis da die ersten Dosen wirklich ausgeliefert werden. 00-Vax behauptet, sie könnten schnell angepasst werden. Also ich muss auch sagen, 00-Vax ist fast schon der vertrauenswürdigste Experte und Staatsseite. Ja, definitiv. Er macht keinen Schmuh. Also 00-Vax behauptet in diesem Video, die können sehr schnell angepasst werden. Drosten behauptet, das braucht mehrere Monate. Karl Lauterbach wollte diesen angepassten Impfstoff, haltet euch fest, noch im März diesen Jahres verimpfen. Im ersten Quartal. Das hat er angekündigt. Also quasi nach so drei bis vier Monaten. Ja, und was ist denn daraus eigentlich geworden? 25. September 2022. Der NDR, der verlautbart, Omikron-Impfstoffe, STIKO-Empfehlung für neue Corona-Booster. Zehn Monate nach Auftreten dieser Variante. Also es sind keine sechs Wochen, die man uns mal versprochen hat. Es hieß ja, ah ja, das sind hochmoderne Impfstoffe. Hochmoderne Impfstoffe, Herr Kleber, das können Sie sich übrigens an Ihren Tolle kleben. Das sind keine hochmodernen Impfstoffe, das sind offensichtlich experimentelle Medikamente. So würde ich das mal behaupten. Denn man weiß ja gar nicht, wie genau sie eigentlich gewirkt haben. Man weiß auch nicht, welche Nebenwirkungen sie haben. Und das hat dann also nichts mit modernen Impfstoffen zu tun. Aus meiner Sicht kann man absolut und ohne gesperrt zu werden sagen, dass es sich um eine experimentelle Angelegenheit handelt. Definitiv. Denn wenn man die Wirkweisen nicht genau kennt, dann kann man nicht sagen, das sind moderne Impfstoffe, sondern gibt es offensichtlich Dinge, die noch offen sind. So, Herr Kleber, das erstmal so nebenbei. Und es ist ja nicht so, dass wir fordern, dass die bitte ganz schnell angepasst werden müssen und dann neue Impfrunden gedreht werden müssen. Das ist ja gar nicht unsere Forderung. Aber wenn man behauptet, diese geniale Technologie aus dem Hause BioNTech, die könnte innerhalb von sechs Wochen angepasst werden, dann brauchen wir noch sechs Wochen für die Produktion. Und dann dauert das fast ein ganzes Jahr. Dann würde ich aber schon mal in Frage stellen, ob die wirklich so gut sind. Und dann würde ich mal gerne noch mal eine andere Antwort haben. Also Delta war gefährlicher als der Wildtyp und Delta gilt auch als gefährlicher als Omikron. Warum gab es eigentlich nie einen Delta-Impfstoff? Drosten sagt, das hat man nicht gebraucht. Aber wieso braucht man denn jetzt einen auf Omikron? Geld ausgegangen, Impfdosen laufen ab, schnell neuer Impfstoff, alles Fragen. Also, so viel erstmal dazu. Das Problem ist ja nicht, dass es so lange gedauert hat zu entwickeln. Wir wollten das bloß mehr erwähnen, dass 00 Wax da ganz schön daneben lag. Ja, völlig richtig. So, und das Witzigste daran ist ja, dieser neue Impfstoff, der wird jetzt schon ganz schön heftig kritisiert. Wir schauen mal auf einen Vertreter, stellvertretend für die anderen. Denn dieser Vertreter ist ja immerhin ein Podcaster des Mitteldeutschen Rundfunks. Richtig. Nach wie vor. Es ist Professor Kekulé. Und der kritisiert bereits im September massiv und er kritisiert das auch immer weiter. Zitat, die Zulassung der BA5-Impfstoffe war voreilig. Notwendig wäre verbesserter Schutz vor schwerem Covid-19, insbesondere hochhaltiger. Antikörpertests an Mäusen belegen dies nicht. Siehste, ja. Und da war doch noch irgendwas in diesem Murmel-Null-Null-Wex-Video. Wie war das noch? Kinder werden ganz doll krank. Und darum brauchen die ja eben die Impfung. Beginnen wir mal mit dem schlimmsten Fall. Ein Kind stirbt. So, dazu zeigen wir jetzt eine Grafik von Statista.com, die zeigt Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Diese Grafik zeigt explizit nicht die Covid-19-Toten. Sie zeigt Verstorbene mit einem positiven Test, die gemeldet wurden. Was aber eindeutig zu erkennen ist, Kinder und Jugendliche tauchen hier kaum auf. Sie sind mit dem bloßen Auge gar nicht erkennbar. Es sind bei den 0- bis 19-Jährigen 105 Fälle. Kinder werden schwer krank und darum müssen wir Panik-Videos verbreiten, ja. Das bringt uns zu unserer nächsten Grafik. Die stammt von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektologie. Auf dieser Grafik, da sehen wir die Krankenhauseinweisungen von Kindern und Jugendlichen. Mal zur Erklärung. Die rote Linie zeigt die Gesamtzahl der Einweisungen mit positiven Tests. Und die verläuft nahezu identisch mit der blauen Linie. Die blaue Linie sind die Einweisungen auf der Normalstation. Und mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen ist die gelbe Linie. Von den 7.257 Gesamtfällen macht diese Linie am Ende 217 aus. Benjamin, was sagt denn die? Das sind die Kinder auf der Intensivstation. Also die Kinder, die tatsächlich, Grüße an Murmel, ganz doll krank geworden sind. So wie das Bayerische Staatsministerium den Kindern einreden möchte. Aber wir haben da noch eine weitere Grafik. Und die stammt aus der gleichen Quelle, also DPGI. Und diese Grafik beschäftigt sich mit Haupt- und Nebendiagnosen. In wie vielen Fällen war Covid-19 die Begleitdiagnose? Und die Grafik, die zeigt, bei Einweisungen auf der Intensivstation war Covid-19 zu 70% die Begleitdiagnose. Liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, liebe Bayern, in Deutschland leben über 15 Millionen Menschen in der Altersgruppe unter 20 Jahren. Über 15 Millionen. Von denen kamen 217 auf die Intensivstation. Verstorben sind 105. Bei aller Tragik. Einige von ihnen sind nicht mit der Hauptdiagnose Covid-19 verstorben. Was also, ganz ernst gemeint, soll das hier eigentlich alles? Was soll diese Panik? Und wenn ihr wirklich meint, ihr müsstet diese verstörenden Videos für Kinder drehen und diese verbreiten, dann sage ich, macht das ruhig. Ist gar kein Problem, macht das ruhig. Aber dann, bitte ja, Freunde, dann zeigt auch den Kindern danach, nach 00 Vex, folgendes Video. Lea hatte nach der Impfung eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, erlitten. Doch bei der 15-Jährigen kamen noch Krampfanfälle dazu. Sie entwickelte eine Spastik in der linken Hand. Auch beide Beine und Füße knicken beim Stehen weg. Da die Ärzte keine Ursache finden, wurde auch ihr eine psychosomatische Klinik empfohlen. Na, meine Kleine, jetzt noch Lust auf eine Impfung? Das ist doch nur ein kleiner Piks. Das ist doch nur eine milde Herzmuskelentzündung. Das ist doch nur eine Spastik. Das ist doch nur ein Piks. Gesehen haben wir das beim Mitteldeutschen Rundfunk bereits vor einem halben Jahr. Und deswegen die ganz herzliche Bitte an unsere Politiker und ebenfalls an das zitierte Ministerium. Lasst unsere Kinder in Ruhe. Punkt. Richtig. Werden sie aber, fürchte ich nicht. Weil sie sind einfach viel zu gut darin, in dem, was sie machen. Wir haben auch noch ein Beispiel, leider. Und in dem Fall geht es nicht um Deutschland, sondern es geht um Kanada und die kanadische Impfkampagne speziell für Kinder. Das Video, das stammt aus 2021 vom Gesundheitsministerium in Quebec aus Kanada. Als ich es gesehen habe, dachte ich eigentlich, man wollte die Kinder mal wieder als die totbringenden Gefährder darstellen. Ja. Also diese Virus schleudern auf zwei Beinen, manchmal krabbeln sie sogar und die töten Omi und Opi. Habe ich gedacht, aber tatsächlich ist die Sache ein bisschen was anderes. Schaut es euch mal an. Es geht nämlich um den siebten Geburtstag eines Kindes gleich am Anfang. Und da ist dann zu sehen, wie am siebten Geburtstag dem Virus die Zunge rausgestreckt wird. Und natürlich wegen der Impfung. Covid und die Kinder. Wir hätten da übrigens noch weitere Vertreter der Vergangenheit für euch. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier? Ich muss sagen, das ist ein Mann, mit dem würde ich gerne mal einen Kanister Äppelwolli trinken und eine Stange Zigaretten rauchen. Schön. Ich kann mir vorstellen, in so einem Herrenzimmer noch eine Zigarre dazu. Gesellig. Ja, und dann würde Herr Bouffier, wenn er erstmal in Plauderlaune kommt, wenn er sich wohlfühlt, dann würde er mal ein paar Anekdoten aus der großen Politik erzählen. Denn gerade Männer in diesem Alter sind manchmal überraschend weise. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile schon mit einigen Männern der Kategorie Ü70 Interviews führen dürfen. Ich war beeindruckt, wie schnell die eigentlich im Kopf sind. Wie fit die eigentlich da oben sind. Wie unkonventionell sie Dinge sagen und wie sie sich trauen, auch Sachen auszusprechen. Und das ist genau die Generation alter weißer Mann, die uns nach vorne gebracht hat und die die Geheimnisse dieser Republik kennt. Und die auch deswegen einen Überblick hat über das Geschehen. Und die deswegen auch einordnen kann, was passiert. In der aktiven Politik schwierig, aber später, wenn sie ausscheiden, ist das durchaus möglich. Genau diese Generation, der jetzt abgesprochen wird, dass sie sich überhaupt am Diskurs beteiligen darf, weil sie ja angeblich verantwortlich wären für alles, was hier schlecht läuft. Das finde ich so unendlich dumm. Sie haben sich aufgebaut, das, was die Kinder jetzt überhaupt erstmal bekommen können. Also sie haben über Jahrzehnte erstmal das möglich gemacht, dass Kinder mit ihren Handys jetzt auf Instagram sagen können, ach nö, ich glaube, ich drehe noch eine Runde im Studium oder gehe nochmal nach Australien für ein Jahr oder so. Eben. Volker Bouffier war der Babysitter von Konrad Adenauer. Und die Generation Klimakivisten, müsste die jetzt beide erstmal googeln. Aber sie wissen ja alles, sind ja so unendlich schlau. Nein, sie haben einfach bloß eine ganz große Fresse. Und das ist übrigens der Punkt, der mich da sehr, sehr, sehr stört. Dass sie meinen, sie hören auf die Wissenschaft. Und über die Wissenschaft haben wir doch heute schon gesprochen. Ich glaube. Und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Christian Drosten ist ja die Wissenschaft und wir hören ja auf die Wissenschaft. Was Christian Drosten aber in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht hat, war die Wissenschaft neu zu interpretieren. Und dazu werden wir jetzt kommen, liebe Freunde. Und da spielt Volker Bouffier und seine Ehrlichkeit im älteren Alter eine wichtige Rolle. Am 27. Juli 2021, da veröffentlichte die Jerusalem Foundation ein Interview mit Volker Bouffier. Und da erklärt der Grund, wie es eben zu den Schulschließungen gekommen ist. Wir hatten tags zuvor bei der Frankfurter Eintracht ein großes Europapokalspiel. Und die wollten mit 50.000 Zuschauern spielen. Ich habe mir gedacht, das können wir jetzt nicht mehr machen. Das haben wir dann untersagt. Das war ein Mittwoch. Und an diesem Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut erklärt, Schulen schließen sei ganz falsch. Mittwoch war klar, die Schulen bleiben auf. Das Robert-Koch-Institut ist überzeugt. Doch am nächsten Tag dann bereits die nächste Sitzung. Man diskutierte über Corona, über Covid-19, über Gott und über das Virus. Und auf einmal änderte sich der Wind. Und zwar richtig. So beschreibt es Bouffier. Der Wind hat sich auf einmal komplett gedreht. Dann habe ich den Herrn Drosten gefragt, sagen Sie mal gestern so, heute so. Und er hat eine sehr interessante Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, ja, wir haben in dieser Nacht mit amerikanischen Kollegen gesprochen. Und die haben zum Beispiel geforscht, wie sind die Städte besser durchgekommen bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren, die, die die Schulen früher zugemacht haben oder die, die sie aufgelassen haben. Das RKI ändert in der Nacht seine Einschätzung und begründet das mit Professor Dr. Christian Drosten. Der hat in der Nacht von der spanischen Grippe erfahren und seine Empfehlungen geändert. Der Professor Dr. Christian Drosten hat also in der Nacht mit den Vereinigten Staaten von Amerika telefoniert und hat dann da neue Instruktionen bekommen, beziehungsweise neue Informationen. 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 Und da ging es um die spanische Grippe und dann hat man verglichen, okay, die Stadt hat damals die Schulen zugemacht und die Stadt hat die Schulen offengelassen. Und damit habe ich ja meine Antwort, ich muss die Schulen zu machen. Ah, okay, wenn das so einfach ist, dann können wir nochmal gucken, in welchen US-Bundesstaaten gab es denn eigentlich die Maskenpflicht und welchen nicht? Und welche sind besser durchgekommen? Grüße nach Florida. Und wie sieht es denn eigentlich aus mit Schweden oder Deutschland? Deutschland, das Land, in dem im Moment jeder sechste Tote, also jeder sechste Covid-Tote weltweit kommt aus Deutschland. Scheint ja nicht so gut gelaufen zu sein. Also das ist nämlich das Problem mit der Wissenschaft. Wenn man sich die Wissenschaft aussucht, die einen gerade interessiert und die man gerade gut findet, dann blendet dann möglicherweise andere Teile der Wissenschaft aus. So war das also mit Professor Dr. Christian Drosten. Er kam also zu einem anderen Ergebnis und das RKI bezieht sich dann auf Drosten. Stellt euch das vor. Das RKI bezieht sich auf Drosten. Die Politik bezieht sich auf das RKI. Ist das nicht praktisch? Also die Wissenschaft sagt, schulen bitte auf und die Politik macht es. Die Wissenschaft sagt, schulen zu und die Politik macht es. Ja, die Wissenschaft sagt dies und das und jenes. Aber welche Wissenschaft ist denn das eigentlich? Und wer hat denn eigentlich die Wissenschaft gewählt? Und wie verantwortungslos kann man eigentlich als Politiker sein, wenn man sich genau diese Seite der Wissenschaft aussucht und dann den Ball in diese Wissenschaft spielt? Und die Wissenschaft macht genau das Gleiche. Die Wissenschaft sagt, die Politik entscheidet. Die Politik sagt, die Wissenschaft sagt. Und Schuld ist am Ende keiner. Und was wir uns übrigens seit 150 Folgen fragen, wo sind denn da eigentlich die Medien geblieben? Da hätte doch irgendjemand mal was machen, was schreiben, was berichten. Dann hätte doch jemand reingrätschen müssen. Und das bringt uns jetzt zu einer anderen Figur der Corona-Vergangenheit. Achtung Reichelt! Wir kommen zu Julian Reichelt. Als Bildchef hat er tatsächlich gefragt. Und er hat es ja auch gewagt, die wichtige Corona-Figur der ersten Monate zu hinterfragen. Er hat Professor Drosten angegriffen. Und zwar hat er konkret die Kinderstudie des Professors attackiert. Und ist dann wegen privatberuflicher Vorwürfe gegangen worden. Ja, aber vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang schon noch sagen, dass Reichelt damals die Kinderstudie attackiert hat. Dafür wurde er scharf kritisiert. Und ja mittlerweile sogar Herr Lauterbach sagte, dass die Kita-Schließungen falsch gewesen sind. Aber auch die Kita-Schließungen basierten ja am Ende des Tages auf dem wissenschaftlichen Stand von Professor Drosten und seinen Tests an hochinfektiösen Kindern. Exakt. Ja, ja. Also Julian Reichelt. Der war übrigens in dieser Woche zu Gast bei Shea Krömer. Das Format hatten wir euch letzte Woche schon vorgestellt. Welch ein Zufall eigentlich, ne? Ja. Und diese Folge hat ein ziemlich großes Echo hervorgerufen mit Julian Reichelt. Aber irgendwie ging es da hauptsächlich um Sex und Drogen, was die Leute interessiert hat. Ja. Absolut. Ich meine, Sex und Drogen zellen ja auch. Zellen, ja. Aber mit den Drogen ist es ja doch weitestgehend die Privatsache von Herrn Reichelt. Mit dem Sex kann man sagen, es ist ein bisschen anders, weil er privat ist und beruflich eine Vereinigung gefunden hat. Aber uns hat er was ganz anderes interessiert. Er rechnet mit Springer-Chefin Friede Springer ab. Laut Reichelt soll die Erbin von Axel Springer einen ganz speziellen Corona-Kurs gefordert haben. Der Streit da ging um die Corona-Berichterstattung insgesamt. Wo, ja, Friede Springer die Vorstellung hatte und das mir gegenüber auch sehr deutlich gemacht hat, das Bild in der beginnenden Corona-Krise, das war ganz zu Anfang, ab sofort unterstützend für die Bundesregierung und die Kanzlerin berichten sollte. Deutschlands mächtigste Verlagschefin und Vertraute von unserer Kanzlerin nimmt Einfluss auf die Redaktion. Wohlwollende Berichterstattung des auflagenstärksten deutschen Mediumspots. Blitz! Tja, so sagt jedenfalls Julian Reichelt. Es würde zumindest mal unsere Frage beantworten, warum viele Medien so ein unglaublicher Totalausfall gewesen sind. Ich meine, man stelle sich nur mal vor, das ist jetzt nicht bewusst bei Friede Springer und der Bild-Zeitung passiert. Man stelle sich vor, dass es zum Beispiel bei Spiegel passiert oder bei Tagesspiegel, bei Süddeutscher Zeitung oder vielleicht bei Die Zeit. Man stelle sich vor, diese Zeitungen, die haben vielleicht Angst vor kritischer Berichterstattung, weil ja möglicherweise auch Regierungsanzeigen nicht mehr bei denen geschaltet werden könnten oder weil sie den Zugang zu Politikern verlieren. Man stelle sich mal vor, die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Beißhemmung gehabt wegen der vielen politischen Rundfunkräte, die da so sitzen. Man stelle sich mal vor, die etablierte Medienlandschaft ist ein riesengroßes Schweigekartell. Manche haben geschwiegen aus Angst vor dem Virus, andere aus purer Überzeugung, manche vielleicht auch aus Angst vor dem Jobverlust, Angst vor dem Chefredakteur, dessen Linie man ja leider kennt. Andere haben vielleicht Angst vor Werbekunden. Tja, dann wäre das eine waschechte Verschwörung. Aber welche Rolle spielt denn dann in dieser Verschwörung Julian Reichelt? Der hat ja seine ganz eigene Theorie. Ich darf das mal interpretieren. Julian Reichelt's Verschwörungstheorie ist, dass er rausgeworfen wurde, weil er unbequeme Fragen gestellt hat und weil er sich eben nicht an die Forderung von Friedrich Springer gehalten hat. Seine Interpretation ist, dass diese Sexgeschichten ihm angehängt wurden oder, wenn sie passiert sind, extra rausgekramt wurden, um ihn abzuschießen. Und dass deswegen auch so viel zu seiner Privatsache Kokain-Konsum gefragt wird, weil er halt verbrannt werden soll. Und dass möglicherweise deswegen ja die Redaktion des Rundfunk Berlin-Brandenburgs während dieser Sendung eine ganz spezielle Umfrage bei YouTube veröffentlicht hat. Die Quizfrage lautet, in welche Kategorie wird Julian Reichelt eher passen? Freund oder Arschloch? Ja, die Krömer-Fans fragen, ob Julian Reichelt ein Arschloch ist. Das ist genau meine Humor, Freunde. Ja, das kann man wohl sagen. Ich kenne das Ergebnis übrigens nicht. Ich schätze mal 99% Arschloch. Er hat ja Reichelt am Ende noch nicht mal die Hand gegeben. Am Ende stehen die häufig ja zusammen dann noch mit seinen Gästen da. Und bei Dieter Dehm, dem hat er noch die Tür zugeschlagen, aber bei Reichelt hat er gesagt, bleiben Sie sitzen. Tschüss. Ja, wir können jetzt eine Weile die Stilkritik dieses Interviews machen. Ich muss sagen, dass Krömer eine ganze Weile in der Defensive gewesen ist. Die ersten 15 Minuten nach meinem Dafürhalten in etwa, weil er einfach einen Vorhof nach dem anderen rausgeballert hat und wer Julian Reichelt genau zugehört hat und die Geschichten kennt, weiß, dass Herr Reichelt da durchaus Positionen hat, die man machen kann. Wenn man ihm halt ständig ins Wort fällt und es nicht erlaubt, dass er dazu einen Satz sagt, dann funktioniert das nicht. Und Herr Reichelt ist aus meiner Sicht tatsächlich erst in die Defensive gekommen, als es tatsächlich um die Sexgeschichten gegangen ist. Ja, stimmt. Denn bei den Sexgeschichten ist es ein bisschen schwieriger. Erstens ist es eine intime Problematik, die sicherlich auch in seiner Ehe eine Rolle spielen wird. Zweitens ist es ja möglicherweise, und ja, es ist auch Gegenstand laufender Verfahren. Und drittens steht da Aussage gegen Aussage. Und er möchte gar nicht, dass darüber gesprochen wird. Das war so ein bisschen das Problem. Und wenn dann immer wieder darauf gegangen wird und er immer nur sagen kann, also dazu spreche ich nicht, das ist hier nicht mein Thema. Was mir am meisten gegen den Strich gegangen ist, ist, dass dann hat Krömer schon mal diese Frage gestellt und dann erzählt er von Friede Springer und erzählt, wie das denn damals gewesen ist und mit Merkel. Und das, da hätte man, das ist ein Scheunentor gewesen, wo man hätte einen Ball reinschießen können. Und dann als nächstes kommt, soweit ich weiß, direkt was zu Kokain. So, Freunde, also so geht Journalismus gar nicht. Überhaupt gar nicht. Okay. Bevor wir uns jetzt zu sehr auf Herrn Reicherts Seite schlagen, Bewerbung ist raus. Er scheint ja Unsum von Geld zu haben. Das kam in dem Interview ganz gut raus, woher das möglicherweise kommen könnte. Das pfeifen die Spazien ja von den Dächern. Aber das ist gar nicht unsere Sache, uns auf Herrn Reicherts Seite zu schlagen. Ich sag mal so, ich will noch eins sagen zu der Sexgeschichte. Es ist schon ein redaktionelles Thema, wenn der Chef möglicherweise mit mehreren jungen Kolleginnen Affären hat und diese jungen Kolleginnen dann auch immer wieder befördert. Das ist ein redaktionelles Thema. Wenn ihr das auf der Arbeit schon mal erfahren habt, wie jemand von dem ihr glaubt, dass der gar nicht kompetent ist, nur weil er mit dem Chef Sex hat, einen Job bekommt. Das ist keine gute Führungskultur und dafür kann man Herrn Reichert tatsächlich auch absetzen. Ob das aber so gewesen ist, dass man das absichtlich lanciert hat, weil er politisch unbequem ist, das kann ich nicht beurteilen. Eben, genau. Aber darauf anzusprechen, finde ich legitim. Aber bei Kokain-Konsum, er ist ja immerhin kein Fußballprofi. Er ist ja immerhin kein Grün-Politiker. Schnell mal eine Haftprobe. Sein Name ist ja nicht Volker Beck. Ja. Und sein Name ist ja auch nicht, wer war denn der mit dem Crystal Mess noch mal gleich? Ach ja, Crystal Mess, das war Volker Beck. Ja, das war Volker Beck, ja. Der andere hatte auch Crystal Mess. Volker Beck hatte den ja in Flagranti erwischt am Nollendorfplatz und der andere, das war SPD oder CDU, der hatte das in einer Laube gekauft. Aber googelt selbst, das werdet ihr finden. Das ist belieben. Aber ansonsten sind es ja alles Saubermänner. Nein, alle Leute in den Medien haben ja noch nie Kokain genommen. Sagt Kurt Krömer. Na, Kurt Krömer war bestimmt auch noch nie auf einer Party, wo Kokain genommen wurde. Er hat es bestimmt auch noch gar nicht gesehen. Er kennt auch Sander Marien aus Finnland nicht. Das ist alles so ein Quatsch. Die machen sich dermaßen wichtig. Wer mal ehrlich hingeht und sagt, so übrigens da, ich habe mit 22 das gezogen, mit 28 das gezogen. Vor dem hätte ich Respekt. Aber wer so tut, als wären harte Drogen irgendwie ein Riesenproblem wären und er damit noch nie was zu tun gehabt hätte, auch noch nie auf einer Party wäre, wo das offen konsumiert wurde, der lügt sich dermaßen die Hucke voll. Es ist peinlich. Ja, richtig. So, wo haben wir stehen geblieben? Sind wir fertig für heute? Ich glaube, es ging um Julian Reichelt. Wir wollen uns nicht auf seine Seite schlagen. Richtig. Diese Umfrage bei Kurt Krömer, die wird regelmäßig gemacht. Also Freund oder Arschloch. Es gibt bei Krömer eine Arschlochliste. Die gehört zum Konzept der Sendung. Und das ist doch mal interessant. Zum Konzept einer öffentlich-rechtlichen Sendung. Gehört es, am Ende ein beleidigendes Scherbengericht zu machen? Na, das ist guter Geschmack, oder? Hm, guter Geschmack. Das ist Basta Berlin Folge 150, ja. Denn hier kommt unsere Umfrage. Die haben wir in dieser Woche in unserer Telegram-Gruppe Basta Berlin geteilt. Professor Christian Drosten, Freund oder falscher Freund? Das Ergebnis, 98% der Befragten, und das sind immerhin schon knapp 2000 Stimmen zu dem Zeitpunkt, sagen, falscher Freund. Ja. Und 2% sagen, Freund. Siehste wohl. Hab ich doch nicht anders erwartet. Ja, so machen wir das hier bei Basta Berlin, weil wir Stil und Anstand haben. Und dazu passt jetzt eine Mail von Thorsten aus Hessen. Grüße. Thorsten schrieb uns, eine Sorge habe ich aber. Ihr seid so gut, danke, ich hoffe nicht, dass euch die Öffentlich-Rechtlichen ein Angebot machen, was ihr nicht ablehnen könnt. Für die Öffentlich-Rechtlichen seid ihr nämlich viel zu unangepasst. Und das ist auch gut so, würde WoWi sagen. Euer treuer Hörer und Zuschauer Thorsten. Keine Sorge Thorsten, für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk sind wir viel zu höflich. Oh, Moment, da ist noch eine neue E-Mail reingekommen. Sie stammt von Peter. Peter schreibt, die aktuelle Telegram-Umfrage Professor Christian Drosten trifft mit der doppeldeutigen Antwortmöglichkeit falscher Freund genau meinen Humor. Denn als echter Mediziner, im Gegensatz zu Herrn Lauterbach, nur Approbationsinhaber, bin ich natürlich mit der Definition des falschen Freundes wohl vertraut. Als einen falschen Freund bezeichnet man in der Medizin einen unfreiwilligen Stuhlgang, der durch eine sensorische Störung des Analbereichs entsteht. Warum muss ich jetzt wieder an Uwe denken? Zum Glück haben wir so viel Stil, dass wir die Antwortmöglichkeit falscher Freund gewählt haben. Ja. Weil wir sind ja so dermaßen hochintelligent und wohlgebildet, dass wir wussten, dass Sie Mediziner es so nennen. Vielen Dank, Peter. Schön war's, aber leider hat auch das ein Ende, auch diese Folge. Und wir quatschen uns hier langsam im Sekt entgegen. Ich freue mich schon, wir kommen jetzt zum Web-Tipp, oder? Ja, richtig. Und da geht es diesmal um Helmut Schleich, der ist Kabarettist aus Bayern, was man auch ganz klar an seinem Dialekt erkennt. Und eines seiner neuesten Stücke, das hat uns auch ein Zuschauer geschrieben. Ich weiß derzeit nicht, wer es war, aber schöne Grüße und vielen Dank. Christian. Christian-Maria. Christian-Maria. Und das ist vom BR und ist am 11. November gelaufen. Ja, es ist durchaus amüsant. Er mimt hier einen Kneipenwirt und hier ist der Ausdruck eines Stammtischgesprächs und da geht es um die Kleberaktivisten. Die Kleberaktivisten, ja. Für ihn sind das Extremisten, Straftäter und Kriminelle, gell? Er soll sich nur mal eine Sekunde lang vorstellen, der Waldraer. Die täten sich nicht fürs Klima, sondern zum Beispiel gegen die Maskenpflicht im Bus und Zug, an einem Bahnhof festpappen oder auf eine Busspur, gell? Da täten aber dann die Medien oder Politiker wie dieser grüne Vorsitzende, da dieser Omnibus oder wie er heißt, bestimmt nicht von Corona-Aktivisten reden, sondern von Querschwurblern, Alunazis oder sonst was. Wohl wahr, sagt der Kabarettist Helmut Schleich im BR Fernsehen mit seinem Format SchleichTV unter unserem Video auch nochmal verlinkt. Ja, das findet ihr neben der Penny-Werbung und den Überweisungshinweisen. Ja, Werbung, 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 Werbung. Und wir kommen zum Schreddern. Da geht es um eine Anti-Werbung. Das kann man wohl sagen. Ja, das hast du mir auch wieder geschickt. Es ist ein Tweet von Ingmar Stadelmann. Ich weiß nicht, ob ihr Ingmar Stadelmann kennt. Ich weiß, dass er sehr viel als Moderator unterwegs ist, auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, er moderiert sogar immer noch in Nordrhein-Westfalen bei 1Live. Ja, er war, wenn ich mich täusche, auch bei Energy Berlin gelange Zeit, war auch recht erfolgreich. Irgendwann ist er da mal gegangen und hat sich dann auf eine Bühnenkarriere konzentriert, auch recht erfolgreich auf Bühnen. Aber heute haben wir was. Ich glaube, das treibt ihm hier keine neuen Fans dazu. Es ist ein Tweet, den er vor nahezu exakt einem Monat geschrieben hat. Einem Jahr. Es war der 19. November 2021 und er bewirbt sich damit um einen Ehrenplatz in der Loge der Menschen. Ich habe mitgemacht. Ingmar Stadelmann schreibt, Adventskalender für Impfgegner. Puh, ich bin mir noch nicht mal sicher. Also das hat er wahrscheinlich auch irgendwo, ich habe das mal, ich habe mal Impfkalender für Impfgegner auf Google eingegeben. Da kamen gleich mehrere solcher Bilder. Kann natürlich sein, ob es von ihm ist oder nicht. Aber das ist nicht unser Humor. Ihr seht, wir haben den Schredder jetzt hier hoch. Warum eigentlich? Was mir da in der Mitte nicht gefallen hat. Gut. Das hat das Bild gestört. Ich dachte, wir brauchen mehr Platz für Luftschlangen. Ja, so nämlich. Ja, dann hau das Ding doch mal rein. Ja, dazu vielleicht noch ein Wort. Also es ist doch tatsächlich so, dass jetzt gerade in den vergangenen Wochen sehr viele alte Videos aus dem vergangenen Jahr hochgeholt werden, wo man mal zeigen kann, wie Menschen verachten, die eigentlich Politik und Gesellschaft im vergangenen Jahr gewesen sind. Vielleicht machen wir da noch mal eine Sondersendung zu. Ansonsten findet ihr das im Moment ja so viel, was da eigentlich alles passiert ist. Und Ingmar Stadelmann ist ein Repräsentant dieser Geschmacklosigkeiten, die da passiert sind und der Respektlosigkeiten gegenüber Menschen, die eine freie Impfentscheidung getroffen haben. Und bezahlt vom Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ihr Lieben, damit sind wir auch schon wieder durch für heute. 150 Folgen lang. Da haben wir unsere Finger uns wundgeschrieben und in die politischen Wunden hineingelegt. Und manch ein Minister, der denkt da vielleicht, das können sie nicht. Das hat Konsequenzen und die Welt, Europa schaut hin. Aber liebe Frau Baerbock, wir machen natürlich trotzdem weiter, gerade weil die Welt und Europa hinschauen, wenn wir arbeiten. Ja, also das kann ich schon mal nächstes Mal direkt wieder beziehen, hier den Tisch. Wunderbar. So, ja, natürlich wollen wir uns an der Stelle noch mal ganz herzlich bei euch bedanken, dass wir hier sitzen können, dass wir hier unsere Arbeit machen können. Wir wollen uns aber auch für nicht nur dafür bedanken, dass ihr uns finanziell unterstützt habt, sondern wir bekommen ja auch immer wieder Pakete. Letzte Woche haben wir ja schon ein paar erwähnt. Jetzt haben wir Jacqueline noch, der wir Dank sagen müssen. Die hat uns nämlich selbst Socken gestrickt. So, blau ist glaube ich für Herrn Gollme, braun ist für mich. Damit sind wir für den Winter schon mal gerüstet. Falls das Studio, Heizung können wir uns hier nicht leisten. Nee, das ist ja auch teuer geworden. Und diese Socken hat sie selber gestrickt. Richtig, so ist es. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte an der Stelle auch noch mal die Heiner Ultras ganz lieb grüßen, die uns durch 150 Folgen oder dann ab da, wo wir zu sehen waren, begleitet haben. Darauf auch ein großes Prost auf euch. Ihr seid sehr in Ordnung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß nicht, Andreas, komm, hol dir doch jetzt mal hier ein Gläschen Sekt ab. Also ohne dich ist das hier ja alles nichts. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Da musst du aber auch bitte mit uns anstoßen. Jawohl, vielen, vielen Dank. So, dann sehr zum Wohle. Prösterchen. Joppa, zum Wohle. Und vor allem ein großes Prost auf euch, ihr Lieben. Wie gesagt, ohne euch ist das alles hier nichts. Richtig. Weitere Geschenke bitte rechtzeitig einsenden und zwar zur Weihnachtssendung. Die wird dann am 22.12. sein. Früh Weihnachten. Sollten da verderbliche Waren drin sein, macht nochmal einen Hinweis drauf. Wenn ihr unsere Postadresse braucht, die Privatadresse von Marcel kommentiere ich dann unter YouTube. Ansonsten, wir haben extra eine Packstation eingerichtet. Ihr müsst das verstehen, wir geben unsere Privatadressen nicht raus. Das hat Sicherheitsgründe. Das können wir nicht machen, aber wir haben eine Packstation. Das heißt, mit DHL kann man uns Sachen schicken und wer die Adresse haben will, der schreibt einfach basterberlin.lt-online.de, Stichwort Packstation und dann kriegt er von uns die entsprechende Adresse. Ich habe nämlich auch gehört, da sollen auch wieder Kekse kommen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und Weihnachtssendung ist ein gutes Stichwort. 22.12. wie gesagt. Und da wollen wir ja in jedem Jahr immer so ein bisschen besinnlich sein. Also, wenn ihr uns sehr gerne damit unterstützen wollt, indem ihr uns zum Beispiel ein Gedicht sendet oder irgendwelche lustigen Sachen, Fundstücke aus diesem Jahr, mal irgendwas Nettes einfach, weil da wollen wir auch wirklich nicht böser Stimmung sein am 22.12., dann schickt uns das gerne auch per E-Mail. Wir bereiten das jetzt schon mal alles vor. Ganz großer Tag. Morgen ist es soweit, also am Freitag Nachschlag live. Gollme versus Brandenburg. Paul Brandenburg und Icke auf der Bühne. Hauen uns da die frechen Sprüche um die Ohren. Marcel Joppa macht den Anheizer. Um 19 Uhr ist bereits Anlass für die, Einlass für die Menschen, die eine Karte haben. Und dann könnt ihr da noch ein Bierchen trinken und dann legen wir richtig los. Ich glaube, es ist aber auch zu hören, ne? Also, genau. Ja. Kontrafunk überträgt live. Richtig. Soweit ich weiß, 20.05 Uhr. Und dann noch einmal, das haben wir schon erwähnt, aber wir machen es nochmal am Ende. Nächste Woche, Dienstag, 20.15 Uhr, gemeinsam, einsam auf unserem YouTube-Kanal Basta Berlin. Da sind wir bei den Nasen und stellen uns live euren Fragen. Punkt. Und die nächste Folge Basta Berlin läuft dann in direkter Konkurrenz zum Weltmeisterschaftsspiel Ghana gegen Timbuktu. Folge 151 am 24. November 2022. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin, tschüss, tschüss und tschüss.